Oh ja, das will ich kaufen. Nee, warte mal. Katzenspielzeug. 30. Ich könnte es also theoretisch kaufen. Statt es aufzuheben. Kann ich... Ich würde gerne zwei Stück nehmen. Und... Nein. Ich kaufe mir noch so ein schwules Katzenspielzeug. Dann muss ich in den Raum da nicht rein. Kaufen. Kaufen. Vielleicht... Es kostet nicht so viel. Ich nehme zwei. Sehr gut. Abgeschlossen. Und tschüss. Vielen Dank. Einführung anfangen. Ja, das hatten wir auch schon mit dem Katzenspielzeug. Hm. Das kann ich wegschmeißen. Wegschmeißen. Yo. Ich will das hier auch. Ausgü... Yo, ist gut. Austauschen. Bambo-Schwert dahin. Das hier dahin. Das hier wegschmeißen. Ja. Dann will ich noch mal... Yo. In the Koffer. In the Koffer. Nein. In the Koffer. In the Koffer. Weil jetzt wäre das Katzenspielzeug noch ideal. Genau. Da haben wir es doch auch schon. Äh. Austauschen. Und das kommt hier hin. Das nimmt auch nur einen Platz weg. Und die hier brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Weil die habe ich ja schon benutzt. Ja. Ich habe hier aber auch sonst keine Schlüssel im Koffer, oder? Äh. Ne. Nur die Schlüssel hier. Und ansonsten würde ich fast behaupten... Äh. Äh. Ne. Haben wir hier... Nichts brauchbares. Okay. Aber... Ich habe jetzt das Katzenspielzeug. Und ich habe... Ja. Ähm. Katzenspielzeug. Katzenspielzeug. Das würde ich gerne ausrüsten. Genau. Das Katzenspielzeug muss ich ausrüsten. Katzen. Und dann? Ah. Okay. So kann ich die Katze anloggen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was mir die Katze eigentlich bringt. Jo. Schön. Und was bringt mir die Katze? Ach, wie süß. Okay. Was bringt mir die Katze? Was bringt mir die Katze? Die läuft mir jetzt nach. Vielleicht... Für die Kinderbeine. Komm, Katze. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Dann halt nicht. Was bringt mir denn die Katze? Ich raff's nicht. Was bringt mir die Katze? Okay. Und was tut die Katze jetzt? Läuft die mir jetzt auch nach? Okay. Und wie lang läuft die mir nach? Hm. Ach, die läuft mir nur in einem bestimmten Abschnitt nach. Jut. Das zu wissen ist doch auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Vielleicht passt der Schlüssel... Welcher Schlüssel denn? Ich hab doch gar keinen... Ah! Na gut, ich rüste jetzt mich mit dem Schwert aus und dann gehe ich die kleinen Kinder töten. Die kleinen Kinderbeine töten. Ab vorher gehe ich noch speichern. Ab vorher gehe ich noch speichern. Und zwar sowas von speichern. Und ich werde jetzt ab sofort jedes Mal, wenn mir irgendeine Waffe kaputt geht oder irgendetwas anderes, direkt das nächste Mal, wenn mir dieser Penner über die Füße rennt beim Speichern, direkt das nächste Schwert kaufen. Ich glaube, die kommen aber wieder, die komischen Quallen. Das nützt mir nicht sonderlich viel. Mit denen. Ja, jetzt läuft die mir wieder nach. Und die laufen jetzt auch wieder nach. Was ist der Sinn? Oh, ja, jetzt kommst du alle Nase lang, du Drecksack. Nein, ich brauch dich nicht. Ich will eigentlich nur speichern. Kleine Kinderhände. So. Überschreiben. Perfekt. So. Vielleicht hat es wirklich einen Sinn, dass ich diese komischen Kinder kaputt schlagen muss. Ja, warum rennt die mir denn jetzt nach? Das hier scheint irgendeine Bedeutung zu haben, oder? Nee. Hä? Zweimal Katze. Ach, die eine rennt mir noch gar nicht hinterher. Moment. Moment. Vielleicht muss ich mir alle Katzen hier zu Freunden machen. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Auf jeden Fall ist da noch ein Wauwau. Irgendwo ist ein Wauwau. Ich höre ein Knurren. Aber ich lege dafür das Schwert an. Oh mein Gott. Ist das viel Hin- und Hergemacherei. Wo kommst du denn her, mein Freund? Ich habe mich doch eben schon mal getötet. Oh. Oh. Wow. Was für Schaden. Bombe. So funktioniert das Spiel. Toll. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. So. Liebe Mieze, dann folgen Sie mich mal. Tut sie wahrscheinlich aber auch gerade irgendwie nicht, gell? Nö. Mist. Egal. Ich gehe da jetzt rein. Ja, ja, ja. Kommt hier, ihr Kleinkröten. Hoffentlich funktioniert das so jetzt. Dass ich die jetzt irgendwie umbringen kann. Geil. Wenigstens, das macht jetzt ordentlich Schaden. Ah. Zupi. Und das kann ich jetzt nicht aufheben, weil... Mist... Mist... So. Okay. Ist aber auch ein... Mysteriöses Objekt. Äh... Nö. Ach, das ist doch echt beschissen. Naja, ich nehme auf jeden Fall... Einführung anfangen. Damit drückt die jetzt erst raus. Kistenöffnung. Einige Kisten lassen sich mit Waffen öffnen. Sie können hilfreiche Tipps und Objekte enthalten. Das bringt mir nur gerade wenig, weil... Nein, die Tasche so vollgestopft ist. Ein Schlüssel. Nö. Nö. Ich weiß nicht, was ich hier drin ist? Super! Super! Ich weiß nicht, was du hier drin hast? Ja, das ist... Ja, das ist... Ich weiß nicht, was ich. Super! Ich weiß nicht, dass du hier sein kannst. Ja... Das ist... Du hast den Lagerschlüssel erhalten. Jetzt habe ich aber noch weniger Platz. Eigentlich brauche ich das Ding ja nicht. Inventar ist voll erb. Bringt mir dann jetzt auch nichts mehr viel. Und das hier ist auch mittlerweile schon verschwunden. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Und gehe ans Lagerfeuer. Und irgendwo kommt schon wieder ein Hund. Wo kommen diese ganzen Viecher nur plötzlich immer wieder her? Und ich verstehe immer noch nicht, was die Katzen von mir wollen. Oder was ich mit diesen Viechern überhaupt soll. Bis auf, dass sie mir vielleicht vier, fünf Schritte hinterher rennen. Verwirrend. Ein Onyx erhalten. Sehr gut. Jeder Cent zählt. Ich will nichts von dir. Sehe ich genauso. Nein, ich will eigentlich nichts kaufen. Dieser Typ wird auch nur vom Geld angelockt. Und... Achso, jetzt habe ich natürlich wieder Platz. Aber ich lege ein Fertiggericht da rein. Und sortiere mir das hier jetzt nochmal ein bisschen um. Dann habe ich nämlich jetzt wieder mehr Platz. Ja, das müsste so passen. Jo, sehr gut. Dann würde ich mal behaupten, gehen wir jetzt ins Lagerhaus oder was das auch immer darstellen soll. Hier kommen jetzt auch wieder Lückquallen. Lückquallen. Die ignoriere ich aber. So schnell sind die eh nicht, dass die mir hinterher rennen können. Oder hinterher schweben. Die schweben einem ja hinterher. Es ging auf. Perfekt. Und ein neues Lagerfeuer. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ach, wie schön. Ich fühle mich leicht verarscht. So ein ganz kleines bisschen fühle ich mich verarscht. Aber dieses Spiel hat es wohl einfach auf mich abgesehen. Aber ich werde jetzt einfach mal für heute hier Schluss machen. Und speichern. Oh, wer hätte es gedacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.